Die Corona-Krise hat viele Bereiche unserer Gesellschaft hart getroffen. Zum Beispiel die Luftfahrt, den Tourismus oder die Gastronomie. Aber ein Wirtschaftszweig ist noch gar nicht in den Blick geraten, die Straßenmagazine, durch deren Verkauf Obdachlose Einkommen und Arbeit haben. Zum Beispiel in Düsseldorf 50-50 oder in Köln der Draußenseiter. Weltweit gibt es 100 solcher Straßenmagazine, 25.000 Obdachlose leben davon und durch Corona ist der Verkauf fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auf diese Situation hat Papst Franziskus neulich in einem Brief aufmerksam gemacht. Die Verwundbarsten, die Unsichtbaren, die Menschen ohne festen Wohnsitz laufen Gefahr, den höchsten Preis zu zahlen, schreibt er. Der Papst würdigt die Verkäuferinnen und Verkäufer und schreibt weiter, Zitat, Die Pandemie erschwert eure Arbeit. Aber ich bin mir sicher, dass das großartige Netzwerk der Straßenmagazine stärker denn je aus der Krise hervorgehen wird. Vielen Dank für eure Arbeit, für die Information, die ihr bereitstellt und für die Geschichten der Hoffnung, die ihr erzählt. Vielleicht begegnest du in den nächsten Tagen einem Wohnungslosen auf der Straße, der dir eine Zeitung zum Verkauf anbietet. Kauf bitte eine Zeitung. Wenn die Frankfurter Allgemeine mit dem Slogan wirbt, hinter dieser Zeitung steckt immer ein kluger Kopf, dann werbe ich jetzt für die Straßenmagazine, für 5050 und den Draußenseiter. Hinter diesen Zeitungen steckt immer ein großes Herz. Für alle, die diese Straßenmagazine machen und verkaufen, bete ich heute im Nachtgebet. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.